Hallo liebe Abonnenten, heute lese ich vor 10 Verben. Ich nenne den Verb im Infinitiv, danach ich konjugiere 5 dritte Person im Präsenz, Präteritum und Perfekt. Und anschließend nenne ich Übersetzung auf Russisch und Armenisch. Ich fange ich an. Entecken, ich enteckte, ich hat enteckt. Abneru-jübäts, abneru-jüc. Hajtnoberell nökkatel. Angeben, ich kap an, ich hat angegeben. Abneru-jübäts, abneru-jähchen. Abneru-jähne, 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 jsou-jähne, kバイ ein thể getet. ZAMKNUĞ, ZAKONCHIC, ZAVERSHIC, PAKEL, KOHLBEL, KĞNKEL, PAYMANAGİR, VERĞĞANAL, AVAARTEL, EĞ HALTEN, EĞ EĞ HALT, EĞ EĞ HALT, EĞ EĞ HILT, EĞ HALTEN, SAHRANİĞ, SADZERŰAĞĞ, BALUĞĞAĞĞ, SĞTANAL, PAHEL, NJU TAPES, PAHPANEL, KÜMEN, EĞ KÜMET, EĞ KÜMET, EĞ HALT, Għ KÜMET, ZABOTİÇÄ, AZABOTİÇÄ, HOKTANEL, HOKAL, PďŠKHAĞ EN, EĞ PďŠKHĞD, EĞ PďŠŏQQQ Northeast UPD, Das ist eine Art und Weise. Das ist eine Art und Weise. Predüprezdaad, zgušacnel, naxazgušacnel. Ausšlissin. Er schliss aus, er schloss aus, er hat ausgeslossin. Iskluchat, iskluchit. Pacarel tulch dal. Ablesen. Er liest ab. Er las ab. Er hat abgelesen. Ugadiwac zelanien, poglazam, ili lecam. Tremkic kamačkiric kartal, kushakiel mítka. Pogledajte vse. Pogledajte vse. Pogledajte vse. Vielen Dank.